Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Wir haben heute das erste Türchen zu öffnen von meinem tollen Weihnachtskalender. Guck mal, hier ist die Eins von dem Crafters Companion Weihnachtskalender. Und da machen wir jetzt einfach mal die Tür auf. Wenn wir sie aufkriegen. Das ist ja nicht so ein Acht, ja. Ich wollte mir den ja nicht auf den Tisch packen. Ich habe den ja so schön da drin festgelegt. Ja, ich habe ja gesagt, wir nehmen den ab und legen den Tisch. Nein. Ach, da muss man nur noch aufmachen. Und ohne Messer. Ah, ist das aufregend. Wollte man die nicht doch lieber abhängen, bevor du den ganzen Kalender zerstörst? Aufregend. Das erste ist immer das schwerste. Ja, wenn man erstmal gucken muss, wie das aufhebt. So, da. Fingernäbel abbrechen. Hier, du gleich noch. Noch nicht. Ich brauche noch mit dem Messer. Die haben ja spannend gemacht. Ja, so. Fuck. Da ist jetzt eine kleine Stanze drin. Und damit wir alles lesen können, müssen wir das erstmal ausstanzen. Machen wir doch mal in blau. Nein, nicht auf die schöne Platte, sondern auf die, die schon zerkratzt ist. Und richtig rum, bitte. Richtig rum, damit man es auch richtig ausstanzen kann. Und richtig rumdrehen, bitte. Dann so festmachen. Andersrum, oder? Nein, so rum. Warum dreht er jetzt richtig? Nein, andersrum dreht man eigentlich richtig rum. Ja. Eigentlich dreht man so rum, um das durchzunudeln. Ja, genau. Oh. Da brauchen wir hier eine Pinzette. Aber man kann es ja schon sehen, drin Big. Träume groß. Und da ist jetzt überall so eine Stanze drin? Stimmt, oder Stanze, weiß ich ja noch nicht. Das ist ja die Überraschung. Ich hatte ja so einen Kalender, leider noch nicht. So, jetzt packt man auf weiß oder so was. Auf gelb hier. Ja, um zu gucken. Drin Big. Na ja, ist doch cool für... Ich lebe mal ein bisschen in die Kamera rein, wenn man so lesen kann. Für Ibuzas-Karten oder so was würde man sich so einzeln vielleicht nicht kaufen. Kriegt man auch gar nicht einzeln, glaube ich mal. Und dann kannst du immer noch, wenn du eine Ibuzas-Karte, Träume groß, macht deine Träume groß. Das ist schon cool. Da hat man jetzt jeden Tag anstelle von Leckerlis, 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 hat man irgendwann zum Basteln. Ja. Und man hat gleich sich hingesetzt und hat die Basteln. Ja. Dann habe ich jetzt hier so eine kleine Schachtel noch über. Da mache ich meine kleinen Stanzteile rein. Werden ja nicht riesengroße Stanzteile drin sein. Dann warte mal auf, da guck mal die 24 da oben. Was da für ein Riesenteil drin ist. Cool, wollte ich gerade sagen. Da sind ja schön unterschiedlich große Sachen bei. Dann gucken wir mal, was da kommt. Die nächste Arme.